Hallo meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder und weiter geht's mit einer wunderschönen Runde League of Legends. Ich bin mit Bror Catlin auf der wunderschönen Botlin. Oh krass, okay, Velcro, uh, okay, könnte, könnte mit Velcro natürlich eine wellige Kotze werden. Ähm, boah krass, okay, hab ich eigentlich absolut gar keinen Bock, ne. Vielleicht kriegen wir das Ende, weil Velcro noch nicht gedings bekommen. Ähm, hier Velcro hier alles raus pullen können. Naja, ich glaube auch nicht, dass die von hier kommen. Die werden, die werden hier runter move'n, denke ich mal. Das wäre ziemlich dumm von denen, wenn die hier lang move'n, äh, würden, aber das werden sie nicht machen. Das kann ich... euch jetzt schon sagen. Ja, scheiße, war klar. Das macht man, und das macht man, glaube ich, selbst, äh, auf, äh, Dings nicht. Auf, ähm, was ist das Schlechteste? Ich will es schon gar nicht mehr. Eisen, ne. Ich glaube, das macht man selbst nicht mehr auf Eisen. Da lernt man das schon. Hätte aber klappen, ne, hätte klappen können. Der Vorteil bei Velcro, ähm, er holt zwar viel Damage, ähm, raus, zumindest im Early. Gegen den kann ich mich ja ganz gut aufbauen. Zumindest ich. Oh, fuck, alter. Kehlein, pass bitte auf, ey. Ich hasse Velcro's wie die Pest, ne. Der ist im Early halt so anstrengend. Wie gesagt, ich kann mich halt gegen den ganz gut aufbauen. Nur er hält halt die Ketling komplett zurück, ne. Also wir können jetzt eigentlich mit unserem Leben definitiv nicht rein. Oh, passt bitte auf jetzt. Ah, fuck, ey, eine Welle von Velcro's, ne. Das Ding. Zettel. Gut, dann werde ich jetzt erstmal weggehen. Ach, Vel'Koz ist nervig, Alter, als Support. Vel'Koz ist richtig nervig als Support. Vel'Koz macht echt keinen Spaß. Da muss ich jetzt schon sagen, der hätte ich dann doch lieber... Katelyn, geh jetzt einfach... Genau, die haben Heal eingesetzt. Einfach weggehen. Da hätte ich doch lieber Morgana. Ui. Ich sehe schon rein, ne? Flash und die Kacke hier. Woah, lass dich doch nicht vom Kometen treffen! Lass dich doch... Lass dich doch nicht von der Fähigkeit treffen! Kann man... Ne, den Kometen kann man, glaube ich, eh nie. Oder? Kann man... Auch den Kometen kann man, glaube ich, auch nochmal ausweichen, oder? Ich bin mir grad nicht sicher. Scheiße. instal... OK! hohoho! Pause! Pause! Welkos ist so ein bei ihm wie lange hat welkos eigentlich schon level 5 der der level 5 gefühlt schon eine halbe stunde da wirst du gleich da waren sie alle hier doch Hohohoho, Alter! nein was machst du denn kathleen ich brauche mehr kurs scheiße wie sehen merkel schuhe aus da ist aber auch scheiße haben john und haben ja so danke für den großen ja 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 ein gegner wurde getötet echo fresh geto chef junge denn es muss sein köln karkarzt will kommen in mein hut rein juhu gangster der weiste bescheid ne ich habe gerade das scheiß gefühl dass jetzt jemand hier runter kommen zu uns ja war klar es war klar fuck wir hätten einfach nur weg gehen müssen wir hätten nur weg gehen müssen es war klar es war so klar wieso höher wieso höre ich nie auf mein gefühl aber wäre ich jetzt wieder weg gegangen wo ich glaube ich schon mal glaube sogar zuerst die maske er wäre ich jetzt in die back gegangen oder wäre ich weg gegangen hätte dann geht nur werden das geschafft easy peasy denke ich mal wer dann gekommen ich weiß es nicht haha man schade na gut nicht so schlimm ist ich jetzt ich sie ich sie haben natürlich mit kam kam kentchen haben die natürlich gute von klein aber wir haben hobby hobby und mario Mario Gut, dann komm ich mal mit Okay, den hat es gegen die wieder aufgenommen Oh nö, Kippen Ich will nie wieder eine Laserbehandlung haben Maske, genau, Maske wollten wir weiterbauen Ich habe gerade überlegt, scheiße, was wollten wir weiterbauen Das war Maske Okay Guck mal, Ketling kommt auch lang Oh alter, woher kommt denn die auf 4-0 Na gut, hat die alle Kills bei Ketling abgeholt Scheiße, komm, komm Oh, ein Hit, dann kriegst du wenigstens noch die 80 Ne, du kriegst ja mehr Wie ist der jetzt 160, glaube ich, alleine Ja, immerhin Immerhin Wir könnten, ah ne, ich wollte gerade sagen, wir könnten Fürst Tower haben Aber halt, top lane Scheiße, schade, 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 Schokolade War doch nie so mit Fürst Tower Als ob Als ob die das Schafft Das triggert jetzt gerade ein bisschen Oh, was ist denn mit Tam Kench eigentlich los Verpiss dich doch Hör mal auf hier Oh alter Krass Tam Kench ist gerade richtig gut dabei Oh, was ist denn mit Tam Kench Okay, wir müssen halt ein bisschen auffassen, weil leider die Jinx ein bisschen gefeated ist. Die macht natürlich jetzt schon ordentlich Damage. Sehr schön, sehr, sehr schön, sehr, 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 sehr schön. Haben natürlich jetzt gerade das große Problem, dass wir die Midlane auch noch verlieren. Alter, der ist so Tengi, der Typ, ey. Keine Chance, ey. Wir müssen echt gucken, dass wir Tam Kench aus den Teamfights komplett raushalten. Wirklich Tam Kench müssen wir aus den Teamfights zumindest erstmal komplett raushalten, weil der ist schon ein bisschen, ähm, der schluckt da von uns jeden alles, also, so, zum Frühstück. Ja, ist nicht so schön, na gut. Und natürlich jetzt gerade auch, die Jinx ist natürlich auch ein bisschen, bisschen stark unterwegs. Ah, die wird weg sein. Na, hier ist sie noch. Du willst mich doch verarschen. Ey, ich krieg die Kretze. Alter. Ja, gut. Trotzdem gut gemacht. Das Problem ist halt hier, ne. Neunhundert. Okay. Große Frage, was soll ich jetzt machen gegen Tam Kench? Ah, Tam Kench würde auch mit der Ultifleisch runterkommen. Hätte ich natürlich jetzt aufhalten können, aber egal. So, jetzt die Maske. Ich bin jetzt gerade wirklich am überlegen, äh, gibt's hier noch Kristallzepter? Also, das ist mit Kristallzepter natürlich, die Höllenmaske zusammen mit Kristallzepter. Natürlich gar nicht mal so schlecht, ne. Muss ich mal ganz kurz gucken, episch, legendär, ich, wie, wie, ne, Tank, Magier. Schaden verursachende Fähigkeiten, okay. Also, alle Fähigkeiten bei mir. Also, das ist ein, wie, ne, Tank. Das war's für heute. Wir können halt null fighten mit seinem Kench. Der tankt die scheiße raus, ey, das ist so heftig, was der jetzt gerade tankt, ey. Ich komm noch. Oh fuck, was der tankt. Das ist heavy, was der tankt. Boah, Alter. Oh, okay. Oh, scheiße. Problem ist halt, durch Schwellkost zum Beispiel auch, und Yasu können die beim weglaufen sogar noch übles Damage machen. Eigentlich müssten wir jetzt, eigentlich müssten wir Dings versuchen. Alles klar. Ey, Alter. Ich hau halt ab, ey. Mehr kann ich gerade nicht machen. Das ist so bescheuert. Oh, ist das krank, ey. Oh lol, Poppy war da unten, das hab ich gar nicht mitbekommen. Was hat ein Bobby da unten gemacht. Was hat ein Bobby da unten gemacht? Das ist schlecht. Na, okay. Ich glaub, jetzt haben wir verloren. Ja. Ja, Tam Kent hat übel viel getankt, ey. Muss man echt sagen, ey. Heidewitzker. Ja, Gigi. Wieder verloren. Bis dann.